Wir stehen hier vor der neuen Selfiebox der City Arcaden Klagenfurt und schauen uns jetzt gemeinsam an, wie das funktioniert. Kommt's mit? Hier haben wir einen Bildschirm. Einfach auf Start klicken. Es gibt mehrere Motive zur Auswahl. Wir probieren das jetzt einfach mal aus, beispielsweise der schöne Wörtersee. Bringe dich in Position, der Countdown startet gleich. Mach wir mal, ob es das Foto gespeichert hat. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten, wie ich dieses Selfie speichern kann. Ich kann es mir selbst per E-Mail schicken. Ich kann den QR-Code fotografieren und es mir direkt selbst aufs Smartphone schicken. Oder aber ich teile es direkt auf der Facebook-Seite der City Arcaden Klagenfurt. Wo befindet sich die Selfiebox? Ganz unten direkt im Basement und zwar bei A1-Shop, Nanunana, Pearl und Müller. Also nicht zu übersehen, einfach herunterkommen und euer ganz persönliches Selfie machen.